In den letzten Wochen ist der Kurs von Coinbase um knapp 30% eingebrochen und obwohl wir in den letzten Monaten eine unglaubliche Rallye gesehen hatten, sind jetzt viele Investoren verängstigt und glauben, dass die Rallye vorbei ist. Bevor wir jetzt mit dem Video starten, schauen wir uns doch mal an, was ich noch im Januar in einem meiner Livestreams zu Coinbase sagte. Wie sieht es bei Coinbase aus? Coinbase ist auch übrigens eine sehr interessante Aktie als Proxy-Investment, zum Beispiel für Bitcoin bzw. Kryptowährungen, falls man sich für diese interessiert. Und ich sehe zum Beispiel Coinbase jetzt aktuell auch sehr, sehr bullisch. Wir haben alle Durchschnittslinien unter dem Aktienkurs, das heißt, das ist auf jeden Fall schon mal Support. Wir sehen jetzt aktuell, dass wir uns genau hier auch in der Nähe des Fibonacci-Retracements, dieses 61,8er Level bewegen. Das an sich ist auch schon sehr, sehr bullisch. Er resigned die Karte im Überverkaufsbereich bzw. sehr nah da dran, also jetzt nicht genau in diesem Bereich, aber schon sehr nah da dran. Und die MACD-Linien ziehen zum Beispiel sehr gut an. Also das an sich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr interessant. Seit dieser Aussage sind natürlich schon einige Monate vergangen und wenn wir uns den Tagesschart von Coinbase anschauen, dann werden wir feststellen, dass die Aktie tatsächlich einen Bouncer nach oben hatte. Der Kurs ist nämlich hier um knapp 150% gestiegen und das wirklich innerhalb kürzester Zeit. Ist schon sehr, sehr krass. Aktuell ist der Kurs immer noch bei ungefähr 90% im Plus. Ich weiß aber auch, dass nicht jeder Einzelne hier diesen günstigen Kurs timen konnte. Einige sind sogar hier im Top eingestiegen, haben deswegen Angst, haben mich angeschrieben und mich gebeten, mich noch einmal mit dieser Aktie zu beschäftigen. Genau diesem Wunsch komme ich nach. Wir werden heute besprechen, wie sich Coinbase im Jahr 2024 noch entwickeln könnte. An dieser Stelle möchte ich mich auch noch einmal für euren krassen Support bedanken. Das ist schon wirklich sehr, sehr heftig, Leute. Ein großes Dankeschön an euch und wenn euch wie immer dieser Content hier weiterhilft und gefällt, dann könnt ihr mich jetzt komplett kostfrei unterstützen. Einfach nur einen Daumen nach oben da lassen, Kanal abonnieren mit Glocke. Ihr bleibt dann natürlich auch weiterhin up to date und schreibt mal sehr, sehr gerne eure Meinung zu Coinbase unten in die Kommentare. So, dann lasst uns wie immer keine weitere Zeit verschwenden und sofort mit der Analyse von Coinbase beginnen. Vorher aber noch ein ganz kurzer Disclaimer. Wie immer wird dieses Video natürlich keine Handlungsempfehlung darstellen. Alles, was ich sage, ist nur Entertainment und ich weiß, ich hatte jetzt zwar in der Vergangenheit echt viel Glück gehabt mit meinen Prognosen, vor allem auch vor diesem krassen Abverkauf an den Märkten, aber auch ich bin nicht Dr. Strange, Leute. Ich habe kein Artefakt, um die Zukunft vorherzusagen. Deswegen bitte erstellt eure eigenen Analysen. So, jetzt mal Spaß beiseite. Jetzt kommen wir hier zum Ernst des Lebens. Und das Wichtigste möchte ich einmal am Anfang erwähnen, um das Video nicht unnötig spannend zu machen. Meiner Ansicht nach sind wir immer noch bei Coinbase in einem Aufwärtstrend. Und das bedeutet, Dips und Korrekturen sind unglaubliche Gelegenheiten. Bei Coinbase lässt sich der Aufwärtstrend zum Glück sehr leicht erkennen. Wir haben hier immer noch diese intakte Aufwärtstrendlinie. Wir haben jetzt aktuell immer noch höhere Tiefs, die gebildet werden. Das heißt, wir gehen quasi eine Treppe nach oben. Und zusätzlich haben sich auch noch die gleitenden Durchschnittslinien nach oben hin gekreuzt. Also hier die gelbe Linie, die 50 Tage, blau die 100 Tage und lila die 200 Tage. Das ist im Grunde genommen genau das Gegenteil zur Vergangenheit, wo wir sehen konnten, dass die Linien sich nach unten hingekreuzt hatten und dass wir dann halt quasi eine Treppe nach unten hin gebildet hatten. Das war dann der Bärenmarkt, sehr, sehr negativ. Jetzt aktuell bewegen wir uns nach oben und haben mittel- bis langfristig ein bullisches Momentum. Gleichzeitig sehen wir auch einen Rebound bei den fundamentalen Daten. Wir sehen, dass zum Beispiel der Umsatz jetzt aktuell nach oben wächst. Wir sehen aber auch gleichzeitig, dass die Margen ausgeweitet werden. Und das alleine wird schon reichen, um den Kurs dann eben langfristig hier dieses Jahr nach oben zu bewegen. Denn bei Coinbase muss man verstehen, dass es in gewisser Art und Weise ein Proxy-Investment zum Bitcoin darstellt. Und wenn man sieht, dass der Bitcoin einen Bullrun hat, dann hat auch logischerweise Coinbase einen Bullrun. Denn normalerweise, wenn wir sehen, dass der Bitcoin-Preis steigt, wovon ich persönlich ausgehe, dann werden auch immer mehr Kleinanleger mit in diesen Markt gezogen. Und das wird sich dann in den fundamentalen Daten von Coinbase widerspiegeln. Ich persönlich gehe davon aus, dass wir die Allzeithochs dieses Jahr anvisieren werden und im besten Fall sogar durchbrechen werden. Ich hatte auch sogar schon auf venerofool.de, also auf meiner Webseite, einen Blogbeitrag zu Coinbase erstellt, worum ich persönlich bullisch bin. In der Zwischenzeit hatte ich sogar auch mal auf Twitter hier was gepostet, als wir in diese Resistance reinliefen. Also quasi nach meinem Livestream habe ich nochmal was zu Coinbase gepostet. Ich habe gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit groß war, dass wir hier die Resistance bei 160 durchbrechen würden und es weiter nach oben gehen würde. Genau das ist tatsächlich auch gekommen. Man muss hier verstehen, die heiße Phase am Kryptomarkt kommt erst in der zweiten Hälfte des Jahres. Dort werden wir dann auch die Altcoin-Season sehen. Dann werden sich auch logischerweise echt viele Leute bei Coinbase anmelden. Das Handelsvolumen wird logischerweise auch nach oben steigen. Das alles wird nicht nur die fundamentalen Daten von Coinbase pushen, sondern auch logischerweise den Kurs. Und dementsprechend denke ich, dass die Allzeithochs hier auf jeden Fall drin wären bei Coinbase. Und von hier aus wären das immer noch ungefähr 70% Rendite. Wie gesagt, je nachdem, wie schnell sich der Kurs dann eben erholt, wird es dann sehr, sehr spannend sein. Für mich wird auch unter anderem entscheidend sein, wie die Quartalszahlen ausfallen. Ich persönlich gehe aber davon aus, dass wir auch, wenn dieses Quartal schwach sein würde, dann spätestens im nächsten Quartal eine Erholung sehen und dann könnte der Kurs schon abgehen. Aber ich kann mir auch schon vorstellen, dass wir in diesem Quartal schon eine Überraschung sehen, dass es weiterhin sehr positiv läuft und dementsprechend Coinbase auch positiv darauf reagiert. Also ich gehe davon aus, wie gesagt, Coinbase, alles was wir hier sehen an Korrekturen, wird sehr, sehr gute Gelegenheiten darstellen. Aktuell sehen wir, wir sind auf einem Support-Level. Ein anderes Support-Level hatten wir hier durchbrochen, ein kurzfristiges. Bei 208 ist jetzt das nächste Support-Level. Gleichzeitig ist im Tagesstart der RSI-Indikate schon sehr nah am Überfallkaufbereich. MACD zeigt uns ein schwaches Momentum. Es könnte also noch ein bisschen tiefer gehen, vielleicht hier bis zu diesem signifikanten Top und zu der 50-Tage-Durchschnittslinie, also ungefähr nochmal, sagen wir mal, 187, 190 Dollar. Das könnte definitiv noch passieren. Wir könnten aber auch genauso gut einfach hier in dieser Range konsolidieren. Das wäre auch sehr, sehr bullisch. Das sollte man definitiv bedenken. Wenn ich hier einmal in die längerfristige Timeframe wechsle, also quasi einmal hier in den Wochenchart, dann werden wir hier auch etwas sehr, sehr Interessantes feststellen. Denn hier sehen wir, dass wir uns beim RSI-Indikator aktuell abkühlen. Wir sehen aber auch gleichzeitig, dass das Momentum bei den MACD-Linien verloren geht. Dementsprechend kann es, wie gesagt, realistisch sein, dass wir entweder konsolidieren oder das sogar kurzzeitig durchbrechen. Solange wir uns aber jetzt hier über diesem Bottom hier befinden, also über diesen 114 US-Dollarn, ist alles immer noch ganz entspannt. Und ihr seht selber, die Entwicklungen bei Coinbase, also diese Jumps, die wir nach oben sehen, sind sehr, sehr schnell. Das heißt, es könnte sein, dass man innerhalb von kürzester Zeit, also in ein paar Wochen dann wieder im Plus ist. Und ich bin ein Fan von einer Tranchenstrategie, die ich ja schon sehr, sehr oft erklärt hatte. Das heißt, ich würde mir gar nicht so krass den Kopf zerbrechen, sondern würde mir die verschiedenen Support-Level anschauen. Die Preisentwicklung würde meine Tranchen dann reinwerfen und Ende des Jahres dann dementsprechend abcashen. Wir haben hier einfach noch sehr, sehr viel Support. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass dieses bullische Momentum beibehalten wird. Fundamental betrachtet haben wir auch eine sehr starke Unterstützung, selbst wenn der Worst-Case eintreten sollte. Und wir sollten jetzt in diesem Jahr 2024 eine Rezession bekommen. Dann hat Coinbase immer noch eine sehr stabile Bilanz. Die haben sehr, sehr viel Cash im Vergleich jetzt zu der Verschuldung. Das heißt, auch eine Rezession könnten die aussitzen und würden dann spätestens im nächsten Zyklus dann wieder komplett zurückkommen. Daher sehe ich persönlich bei Coinbase eigentlich jetzt viel mehr Chancen als Risiken. So zumindest meine persönliche Prognose. Du kannst natürlich mal gerne deine Meinung in die Kommentare reinschreiben. Aber ich gehe davon aus, dass sich das Ganze hier sehr positiv entwickeln wird. Daher bin ich persönlich auch bei Coinbase nicht wirklich besorgt. Aber wie gesagt, du kannst mal gerne deine Meinung unten in die Kommentare reinschreiben. Falls du dich jetzt generell auch noch mal für andere Analysen interessierst, dann kannst du dir gerne auch meine anderen Videos durchlesen. Gerne auch auf venerofoole.de vorbeischauen. Dort gibt es auch Analysen. Falls du einen Deep Dive zu Coinbase feiern würdest, dann kannst du es natürlich auch gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben. Und mich kannst du kostenlos unterstützen mit einem Daumen nach oben, indem du diesen Kanal abonnierst mit Glocke. Dann bleibst du natürlich auch weiterhin up to date. und wir sehen uns im nächsten Video.